wie sind wir da runtergekommen in der Pate depp ich kann ihn nicht wunderschubsen wie kann ich so kann ich nicht wunderschubsen ach egal das hätte er wieder so gut gepasst mit der auflegenen wenn du so passt er lebt da ja noch da hier siehst du doch nicht das Schild warum gehst du denn dann nicht durch ich bekomme meistens das meiste Geld dafür ja und ich kriegste Gold und trotzdem mehr Geld eingefallen und ich hab ein Generatoren kaputt gemacht das hat weniger Eigenschaften nur bei weitem weniger dafür hab ich mehr Schaden angerichtet übers doppelte ich hab mehr Tötungen 100 genau 06 30 und naja du hast mehr Kombos verdammt obwohl ich ein Held war ich bin wieder aufgestiegen ist mir wurscht ich noch nicht ich nehme Mana wieder schön alles im Einklang Mana brennt und ich glaub ich kann nix mehr beziehungsweise nur noch 500er 2 500er Sachen ne da ist doch tatsächlich noch 2 200er Rebellentrick ja damit was andere geht noch nicht ok busch boss nein speichern ja der die weisen Worte des Königs von Körner vom Bumsdorf Wollt ihr speichern automatische Datenspeicherung guckt der fragt uns schon gar nicht mehr der macht einfach ey du ein scheiß König so ein scheiß König der guckt der sieht uns ach die ist schon wieder kommt hier speichert speichert einfach und lasst mich in Frieden sterben irgendwann kommt an warum belästigt ihr mich immer mit euren Speichern ja aber ich tu mal kurz ich tu mal ich tu mal schneiden würde ich sagen schneiden oder schneiden und zwar und da haben auch schon geschnitten was ja wir sind aber schon geschnitten es ging ganz schnell nur zwei Knopfdrücke von uns entfernt und jetzt die Weisen Worte des Königs ja brauchst auch nicht da ich bin cool ich verstehe den Barbaren ja und ich verstehe ich verstehe die Mauer ja Koch durchgestochen ja du bist ja zauberer okay das ist der nächste Gerechtigkeit und zum Tempel das dürften riesige Mauer sein das Gegner Gegner Horten viele Gegner ganz viele Gegner na 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 die Kämpfe ist anstrengend hier unterschätzt das nicht ja wir haben da trotzdem haben dann noch andere Armeen zu äh zu metzen und zwar im dritten Teil eines gewissen Spiels was in Japan spielt hä ach Bosch ok sagenhafte Machter keihlerliche Wache steht zwischen euch und dem Thronsaal ja genau im Thronsoal müssen wir den Arsch bekämpfen ok dann Barrikaden deaktiviert uns angesagt oh verdammt oh da ist bestimmt der Tote nee nicht unbedingt kommt man noch gar nicht mal dran ja ich bin jetzt gar nicht ich bin es ich bin es ja aber ja 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 h wieso das aber ja da war am ja warum ist doch nichts genug guckte mich an ich es immer und die kämpfe Metzeln hier gehe ich noch und da steht noch ein Generator und keiner macht es fertig und da steht nicht und da ist ein Schalter und da ist eine Truhe und auch und ich mache es dann schon wieder immer gist habst du ihn fallen auch Teleporten ich habe nur ein Teleport aktiviert ich nehme Kiste boah 100 Gold Bastard ach 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 er hält und ist schon ja was macht er wohl dort worden drücken auf Kloppo der Tod ist erschienen was wird tot wo es hier ein Tod du öffnest keine Ton mehr du bringst nur Glück wo es hier bis in Tod ist sie hier kennt wo es ist wie ein Tod Drücken auf dem Knopf auf dem Knopf gedrückt gefangen es muss ein Ausweg geben Generator kaputt haben wir sagen wir gehen wir in Teleport nach der 8 welche die noch vor verdammte wo es hat ja die Natur wir haben auch noch in der Abo auch drauf nicht nur Rache warum machst du es so und Laiso 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 auch ich hab kein Leser hier Rache das ist ein Scheiß Generator ja das war auch mal ein Generator nein er hat sich kaputt gemacht ich mache ein generator und schaue ich nicht fehlen erfreut mich doch nicht drücken hier wird das ich habe so gut was du hier für ein führer aerobics achte er noch extra was du willst du bist auch so ein witz ja schön dank auch drück auf den Knopf er wieder in der sich im Weg es nicht im Weg auf den Knopf gedrückt das kannst du eigentlich das auch nicht es den hast du kaputt gemacht ich fress doch schon was habe ich doch nicht hab dich gar nicht getroffen naja ich bin wieder mit dinge gekommen hier bist ein simulant bist ein träger simulant weißt du das ja und jetzt gucken ob die westlichen noch im drin ist ja ich werde angekommen ist doch schon längst nicht mehr aufnehmen ich kann gerne kurz schneiden so hat sich geschnitten und wenn ich schneiden kann dann hat er auf jeden Fall aufgenommen ok Laser Light Show klingt nach Faller klingt nach Generatoren klingt nach Spaß klingt nach Generatoren mein Generator, ich gebe es nö meiner so, dann mach doch alleine ich hab den mach ja auch geht's vor du wieder ankommst gut zum Beispiel ja, oh man ey ach du scheiße, oh Gott so, das hast du jetzt davon verarmt ich bin Held du bist ein Held ich bin Wächter ich bin Wächter das Wächter scheiße, Wächter Mist, Wächter kann nix hier aus dem Wächter da war ich bin Wächter der Bitz so macht's man hau drauf hau drauf hau drauf hau drauf verdammt so, Nels nicht so draufhauen ich hab's erst gesehen, das stand Held Gott noch mehr Generatoren haben die sich ja nicht mal ja hau drauf was wir gehen oh Gott, oh Gott na, ich kann nicht Bitz machen ich kann auch nicht Bitz machen vorhanden aaaah zu viele Generationen wir können alle nicht Bitz machen ich hau drauf, ich hau drauf, ich hau drauf ich tue schon mein Bestes ich tu drauf, mein Bestes Rache und und Laser so die sind alle Tore irgendwie so noch, noch ein Teleporter no noch, hä? 3 Teleporter? 4 ne, 3, 1, 2 ja, 3, 3, 3 Generationen, 3 Teleporter, man, man ich würd gern durch die Tür gehen, ist irgendwie sicherer, äh 3 Teleporter, die goldene Mitte zuerst nein, die goldene Mitte zuerst nein, die goldene Mitte zuerst was? hm dann sind sie die Teleporter bestimmt ach ja, lass sie an Frau wieder schieben ach ja und dann nutzt er die Gelegenheit direkt aus und hier ist nicht durch 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 ja, das ist nicht durch die 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 verbraten da wird die 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 zumal ja ich bin noch da aus wobei so ja aus der Weile und auch wobei so das ist weitergeführt der von rechts nach links einfach ist durch meine Kiste so auf ich brauche Gold haben nein du hast kein Gold verdient halt den im Sprung mal Führer an doch mit einer Kiste er gut und es ist da uns selbst in der Oben und das Land bei Gold um an ich hätte was sie darf nicht gut dort gut was die Nose 400 noch was nicht noch gar nichts weil es ist da auch Gott Jürgen Bors vorst findet jetzt aus das haa haa zu sagen jetzt habe ich noch ein Riesenskommel Riesenskommel mega Riesenskommel ist und keine Generationen kaputt man kann die Natur nein keine Generation kaputt hauen kaputt haben es auch so kaputt haben nicht sterben wenn möglich das muss ich meine ich esse immer genug du bist derjenige das ist nachher nehmen und die Rennen rein blöd wie sie sind die Bestandies genau wie die Deppenspläne Welschen die machen auch nicht scheiße ja manchmal zumindest manchmal so passt ja wer sind sie was mache ich hier Zombies Nieder was sind Zombies Halt Maul Halt Maul Halt Maul Halt Maul jetzt ist es zu spät jetzt auch schon du knüppelst auf die Kontrolle ein er sei jetzt nicht erlaubt er hat die Kontrolle einkriebe bist du siegert die Berge weil es alles ist dein Kind kann jetzt mal so perfekte Schlüssel auftauchen das ist nervig ich sag ja dass das wird damals was anderes liegen nein es liegt nirgendwo anders ich glaube weiter drauf irgendwas muss sie sein